Das Abschneiden der AfD bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im Herbst macht den etablierten Parteien jetzt schon Sorgen. Nach dem gerade heute veröffentlichten Berlin-Trend von Infratest DIMAP liegt die rechtspopulistische Partei inzwischen bei 13%. Besonders die AfD-Landesvorsitzende Beatrix von Storch macht immer wieder von sich reden. Mit ultrakonservativen Parolen bedient sie Klischees und schürt nach Kräften Vorurteile. Angst machen als Methode? Ihres Marx hat sich mit den Positionen der AfD-Frau auseinandergesetzt. Sie steht an der Spitze der Berliner AfD. Sie polarisiert. Mit ihrer extremen Haltung ist sie sehr präsent in den Medien und Talkshows. Beatrix von Storch. Sie ist Gegnerin von Abtreibung, Gegnerin der Sterbehilfe, Gegnerin der Homo-Ehe und Gegnerin des Euros. Beatrix von Storch ist gegen vieles. Auf die Liste gehören auch der Islam und die Flüchtlingspolitik. Aber sie befürwortet auch etwas. Zum Beispiel mehr Waffen. Ein freier Staat zeichnet sich dadurch aus, dass er seinen Bürgern den legalen Waffenbesitz erlaubt. Und je totalitärer Staaten sind, desto mehr schränken sie des legalen Waffenbesitz ein. Aber es geht ja hier auch darum, dass man Fälle sieht, dass Schüler sich die Waffe aus dem Elternhaus mitgenommen haben und in der Schule amaglaufen. Es ist schwer nachvollziehbar, warum das noch ausgeweitet werden soll. Die Zahl derjenigen Straftaten, die mit legalen Waffen begangen werden, ist einfach zu vernachlässigen. Zu vernachlässigen? Bei den Amokläufen in den vergangenen Jahren sind über 30 Menschen durch legale Waffen getötet worden. In den USA, wo die Waffengesetze sehr liberal sind, sind 2015 durch Waffen mehr junge Menschen unter 26 getötet worden als durch Autounfälle. Schlagzeilen machte Frau von Storch auch, als sie auf die Frage, wollt ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern, antwortete ja. Waffen gegen Kinder? Der Tweet saß. Frau von Storch war danach wochenlang Thema. Eine geschickte Provokation, nennt das der Medienexperte Professor Juckröbel. Gerade die Tatsache, dass eine Frau von Storch eben so gegen den Coman handelt und spricht, also zu Deutsch, gegen das, was so als üblicherweise anständig und angemessen angesehen wird, ist natürlich auch genau die Erfolgsformel. Was wird gewählt oder wer wird gewählt? Leute, die sichtbar sind, die irgendwie so eine Überzeugungsarbeit leisten, selbst wenn sie vielleicht nicht mehr sehr vornehm sind. Und das ist die große Stunde der Populisten und auch die große Stunde der extremen Standpunkte. Extrempositionen und Übertreibungen, die Angst machen. Beispiel Erziehung. Das Kinderwohl sei in Gefahr. Weil wir sowas haben wie den Bildungsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo für 0- bis 4-Jährige die frühkindliche Masturbation empfohlen wird, die Anleitung für die frühkindliche Masturbation für 0- bis 4-Jährige. Das ist schlicht falsch. Eine Masturbationsempfehlung für 0- bis 4-Jährige gibt es in der zitierten WHO-Richtlinie nicht. Und noch ein Beispiel für die Panikmache. Was wird denn in Berlin derzeit von dem, was Sie gerade erwähnt haben, unterrichten? Es geht nicht um das, was jetzt bereits umgesetzt wird, sondern das, was als Leitlinien im Raum ist, das, was umgesetzt werden könnte, worüber wir diskutieren. Wir haben verschiedene intensive Auseinandersetzungen in Grundschulklassen, die sich mit sexuellen Praktiken auseinandersetzen sollen. Ich kenne das jetzt konkret sozusagen aus Brandenburg, 4. Klasse, Sex im Sitzen. Das halten wir für falsch. Wir auch, wenn es so wäre. Aber das Brandenburger Schulministerium weist es entschieden zurück, dass Sex im Sitzen zum Unterrichtsstoff gehöre. Zu den Medien hat Frau von Storch ein gespaltenes Verhältnis. Sie lässt sich als GEZ-Rebellin feiern. Sie sähe es nicht ein, für das öffentlich-rechtliche Programm zu zahlen. Vor allem eine Satire von Jan Böhmermann hat sie aufgeregt. Wir brauchen neue Führer, denn die Alten, die gehen gar nicht. Doch wen, nur wen, wählen wir, um zu protestieren. Wir Deutschen fühlen uns schlecht. Was soll's? Wir wählen diesmal rechts. Und jetzt ist Frühling für Frauke und Beatrix. Frauke Petry und Beatrix von Storch. Sie schimpft in den sozialen Netzwerken, das sei von staatlichen Zwangsgebühren finanziertes Propagantainment. Und fragt, ob da schon Unterhaltungshetze sei. Sobald aber Böhmermann über den türkischen Präsidenten Erdogan herzieht, ergreift sie plötzlich Partei für die Pressefreiheit. Lassen wir uns jetzt von der Türkei alles bieten, fragt sie. Heute so, morgen so. Wie es gerade passt. Da gibt's Flops, da gibt's Peinlichkeiten, da werden Kinder von Flüchtlingen erschossen. Da haben wir jetzt ne jüngeren Datums, ne Aktion gegen die Gebührenzahlung, weil sie halt in der Satire von Böhmermann aufgegriffen wurde. Also jeder gestandene PR-Mann würde sagen, nee, das geht nicht, das ist viel zu wenig gelackt. Aber mit jeder Schlagzeile als Kopf der AfD immer noch ein bisschen präsenter, wird sie immer bekannter. Und irgendwann vergessen die Leute, dass diese Bekanntheit auf Peinlichkeiten beruht. Und man denkt nur, ach ja Mensch, AfD, das ist Frau von Storch. Und somit wird sie nicht nur dem Wähler bekannt. Sie stärkt damit auch ihre Position innerhalb der Partei. Das geht noch so lange gut, bis der Wähler dieses Spiel durchschaut.